Der Typ isst die schärfsten Sachen der Welt. Und verzieht keine Miene. Wir sehen unten den Schärfegrad. Das sind große, scharfe Chilis gewesen. Oder Pfeffertilis. Dreifacher Schärferamen. Die snackt er sich auch so easy weg. Giant Flaming Dorito. Flammende Doritos. Auch die zieht er sich einfach rein. Okay, die sind schon scharf, merkt er gerade. Alter, Riesenchips, die übel scharf sind. Guck dir seine Augen an, der heult doch gleich. Merkt richtig, wie er atmet. Abonniert den Kanal, wenn ich auch mal so viele scharfe Sachen essen soll.